Hier in Imola, hier wo die Menge jetzt wild geht, wo Ferrari gefeiert wird und wo Patrick Tambe zum neuen französisch-italienischen Nationalhelden wird. Der Zwischenstand im Weltmeisterschaftsklassement, meine Damen und Herren, Pique und Prost bleiben mit 15 Punkten Glieder, das heißt Prost schließt natürlich jetzt auf zu Pique, 15 Punkte, zweiter jetzt Patrick Tambe mit 14 Punkten, dritter Watson mit 11, vierter Watson mit 11, fünfter Lauda mit 10 und sechster Arno mit 8. Sure ist sechster, meine Damen und Herren, Sie haben es gesehen, wieder ein WM-Punkt für Marc Sure. Patrick Tambe, also großer Sieger auf Ferrari am großen Preis von San Marino, damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Abschied in 14 Tagen, großer Preis von Monte Carlo, weiter eine spannende, offene Automobilweltmeisterschaft. Hallo Zürich, auf Wiederhören, meine Damen und Herren. Hallo Zürich, auf Wiederhören, meine Damen und Herren. Hallo Zürich, auf Wiederhören, meine Damen und Herren. Hey, hallo glaube ich! Was ist nicht? Bis zum nächsten Mal, Herr Thomas. Was ist? Ach du Bye. Buon ist. Ich bin schließlich. Auf Wiederhören, meine Damen und Herren. Das ist. Wir wollen, was ist. Wir wollen, was ist. Wir wollen, was ist nicht. Wir wollen, was ist. Es ist eine Manifestation sportive. Für diese Zeit, alle Menschen, die sich bereit sind, zu entdecken, zu entdecken, zu entdecken, zu entdecken. Danke.